Die Kaskier lebten zur Zeit des hertitischen Großreichs in Nord-Anatolien. Ihr Siedlungsgebiet war das antike Innere Pavlagonien, also die heutigen Provinz Kankiri und Teile von Karabük zwischen Ankara und dem Schwarzen Meer. Die Berge des Pontus sind hier bis zu 2400 Meter hoch. Erste gesicherte hertitische Erwähnungen der Kaskier stammen aus dem frühen 14. Jahrhundert v. v. chr. Daher nimmt ein Teil der Forschung an, dass sie erst zu jenem Zeitpunkt nach Nord-Anatolien gekommen sind. Andere Forscher meinen, dass sie Indigen sind. Letzteres ist plausibler, da die bezeugten kaskäischen Namen sehr wahrscheinlich alternatolisch sind. Das fehlen in Texten, die sicher vor 1400 v. v. chr. datieren. Die Kaskier lebten teilweise halb nomadisch und waren in mindestens neun verschiedene Stämme zersplittert. U. R. Auch deshalb stellten sie eine ständige Bedrohung an der hertitischen Nordgrenze dar. Verträge, die mit dem einen Stamm geschlossen wurden, ignorierten die anderen Stämme oft. Die Einfälle in Cetiterreich waren aber offenbar weniger Eroberungs- als vielmehr Plünderungszüge. Lediglich zur Zeit des Opiloliomai sollen sich die Stämme unter einem König Pihunia zusammengeschlossen haben. Danach scheinen sie wieder uneins gewesen zu sein. Unter Antili II. eroberten sie um 1450 Nerik. Wie Atusili III. in seiner Apologie erwähnt, überquerten die Kaskier in seiner Regierungszeit den oberen Kitzil-Irmak und erreichten sogar Keins. Murseli II. errang entscheidende Siege gegen die Kaskier. Sie sind auch als Verbündete der Hethiter bekannt, die sie Z. B. in der Schlacht von Kadesh unterstützten, ebenso wie Atusili III. Bei seiner Usurpation des Thrones, Ramses II., führt die Hkesh-Kesh in einer topografischen Namensliste neben Babylonien, Meshwesh und Zypern auf und berichtet von Mariano-Kriegern aus Kersh-Kesh. Ähnliche Verbindungen sind aus einem Feldzug von Amenophis II. Bekannt, wo in der Beuteliste unter anderem ein gefangener Mariano aus Gartner aufgeführt ist. Wenn gleich die Kaskier in hethitischen Texten aus der Zeit des Großreichs so oft wie nur wenige andere Völker erwähnt sind, wissen wir sehr wenig über sie. Da sich die Hethiter bei der Schilderung von Feldzügen und in den Texten von Verträgen auf das Wesentlichste beschränkten. Zwischen dem Devrets-Shahi und dem Kitzil-Irmak lagen eine Reihe hethitischer Festungen, die den Kaskiern den Zugang zu dem hethitischen Kerngebiet versperren sollten. Sie waren in gleichmäßigem Abstand angelegt und lagen meist auf einer Anhöhe, aber mit Zugang zu Wasser und gutem Ackerland. Sie waren stark befestigt und manchmal bis zu einem Hektar groß. Roger Matifs nimmt an, dass die Hethiter das Land auch durch Straßen erschlossen, die sich vielleicht unter den römischen und byzantinischen Straßen verbergen. Zu dem System gehörten auch kleinere Wachtürme und Ausgucker. Ein Beispiel eines solchen wurde in der Nähe von Eldivan entdeckt. Ob die Kasker den Zusammenbruch des Setiterreichs mit verursachten, ist nicht geklärt. Sicher ist, dass sie nach 1200 v. CHR das entstandene Vakuum nutzten und weit nach Südosten wanderten. Ab Ende des 12. J. begegnen sie uns als Gasgar mehrfach in assyrischen Quellen. In den Annalen des Tukulti Abiel-e-Sarai heißt es, dass sie die Gebiete, die sie erobert hatten, nicht dauerhaft besiedelten. Daraus kann man ableiten, dass sie ihre Heimat am Schwarzen Meer aufgegeben hatten und nicht etwa ihr Territorium von dort bis nach Ost-Anatolien ausdehnten. Noch bis ins 8. Jahrhundert v. CHR werden sie sporadisch in assyrischen Texten erwähnt. Offenbar hatten sie sich inzwischen in Ost-Anatolien festgesetzt und ein Reich gegründet. In den Annalen Sargons II werden die Kasker zum letzten Mal erwähnt. Danach verliert sich ihre Spur. Der Pavlagonien-Surveyor entdeckte einige Siedlungen mit sogenannter grauer phrygischer Ware. Es gibt Spekulationen, dass die Pontier, die unter ihrem König mit Tridates den Römern zu schaffen machen sollten, nachkommender Kasker waren. Archäologisch sind die Kasker bis heute schlecht fassbar. Das liegt zum einen daran, dass sie offenbar keine größeren festen Siedlungen besaßen. Zum anderen ist er schwierig. B. Streufunde mit grober Keramik einem bestimmten Volk zuzuordnen. Außerdem sind systematische Ausgrabungen in Nord-Anatolien bis heute nur in sehr geringem Ausmaß unternommen worden.